Hallo meine Pokéfreunde und Pokédennten, willkommen zur dritten Folge von Pflanzendien Zombies. Mit der letzten Folge haben wir die Welle durchgemacht und haben hier einen Brief, wie ich es Bescheid bekommen. Lasst ihr uns mal lesen, würde ich sagen. Hallo, wir starten gleich einen großen Angriff auf dein Haus. Herzlich die Zombies. Na gut, danke für die Warnung. Oh, das ist mein Haus. Haus von Mike Bieter Samen. Oh Gott, wie viele von denen. Alter. Und wie gesagt, die Bösse und die Mini-Bösse sind alles Mini-Gag-Games. Und ich lebe die Musik. Das ist die Boss-Musik, wenn man so will. Das sind so gesehen die Bösse. Und ich finde es einfach nur richtig episch. Ich feiere einfach die Musik. Alter, da wollte ich den gerade fressen. Habt ihr das gesehen? Alter, wie unhöflich. Kommt mir da mal hin hin und äh... Kommt mir da mal hin hin und... Bombe, die behalten wir mal. Ich muss selber gerade ein wenig leiser sein, weil ich... Muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil ich nicht weiß, wo ich was hinsetzen soll. Kommt mir das mal da hin. So, da kommst du nicht durch. Mein Freund. Nee, nee, nee. So, da kommst du wieder da hin. Noch ein Doppel-Narrator. Kommt mir da... Nein, der ist da oben was gekommen. Oh nee, jetzt spricht er drüber und dann frisst er den wahrscheinlich auf. Oh nee, komm. Killt ihn, killt ihn. Hier eine Bombe. Kaboom. Nice. Wir haben echt keine Chance, Alter. Null. Absolut keine Chance. Noch mal ein paar Bomben hinsetzen. Passt. Ja, wo sitzen wir denn jetzt in... Keine Ahnung, wie da ist. Da. Ich hab keine Ahnung. Oh, ha. Pech. Das hat er davon... Eine riesige Welle, die erste. Von zwei Stück. Können wir noch mal so eine Eisschießer bekommen, bitte? Ich platziere die beiden Welle einfach irgendwo hin, ich weiß es nicht. Oh, jetzt gibt es aber hier Stress, Mann. Boom. Fünferkühl, wie es mir scheint, oder? War das? Fünferkühl? Ich weiß es nicht. Oh nee, es kommt da noch so ein Springer. Geht erst mal sterben, hier, Alter. Oh, die sind jetzt auch gestorben. Oh mein Gott, wie viele kommen da? What the fuck? Geh mal sterben hier. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das sieht nicht sehr gut aus hier. Wir haben hier noch eine Bombe. Boom. Einfach keine Chance. Brainset. Oh, endlich so eine. Geil. Alter, bin hier geschossen mit ohne Ende. Komm, ich platziere einfach irgendwo was hin. Und da und hier und da und da. Spaß beim Fressen. So, da habt ihr noch was. Yeah. Alter, dieses Geräusch. Alter, übertreibt's. Seht ihr das? Das ganze Spielfeld ist fast voll. Oh nein, die kommen weiter. Die kommen nach unten weiter. Nein. Nein. Kill den, die kill den, die kill den. Die kill den. Bombe. Boom. Okay. Äh, hier noch so eine Bombe. Äh, Bombe genau. Nee, hier noch so eine Pflanze. Hier noch so eine Bombe. Noch eine Welle. Oh nein, es ist eine Bombe. Gib mir eine Pflanze. Ich will alles Feuer haben. Es ist gerade zu Feld voll. Es ist bloßig. Ja, genau. Leute, schaut euch das mal an. Das ist die beste. Das beste Feld, ey. Oh shit, die kommen alle durch. Nein, ich kann. Mach mir mal was geboren, mach's mal nicht geboren. Okay, irgendwo. Irgendwo. Da. Boom. 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 Broostepilz. Schießt über kurze Entfernung mit Spuren. Auf den Feinds. Okay. Mittlerweile ist es nur Nacht geworden. und der pdp noch mal diese zombies geht also nicht war auf was ein unterschied macht ob sie tag oder nachts vor allem nicht keine sonnen von mir wird doch kommt aber trotzdem welche sich sonnenblumen und zum glück hast du ja auch noch ein paar postepilze davon so viele wie möglich dann ist alles paletti er hat die sonnenblumen die können wir uns nicht machen also können die bringen jetzt einfach gar nichts doch bringt schon was habe ich doch an jeskrieg noch gar nicht wer jetzt bin ich verwirrt also sind die kostenlos weil wir keine sonnenenergie bekommen aber wir starten trotzdem mit 50 stück das heißt die können wir doch nutzen ja aber ich weiß nicht ich glaube die anderen schlaf war das nicht wieso ist die anderen absen schlafen oder war das in einem anderen level ich weiß es gar nicht mehr das nehmen wir da am besten dadurch da wir jetzt nicht so viel besonders bekommen will ich jetzt immer die schwachen nehmen ja so wo und den ich verstehe noch nicht genau nein ich verstehe auch nicht grundsätzlich was er jetzt damit meinte eigentlich aber die muss dachtmusik ist schlafe nur okay ich weiß auch dass es noch nacht also noch sonnenpilze gibt oder sowas von der art halt die hier die sind leider kurzsichtig die sehen die zombies von dort nicht aber jetzt haben wir gleich näher kommt ungefähr hier so dann sehen oder das sind gegner und dann schießen die brauchen doppelt so lange bis sie sondern bekommen weil die halt weiter nacht ist und nicht sehr viel dieser aber ziemlich stark vielleicht sogar stärker als noch mal erbs ja doch aber zwei auf einmal sind immer gut aber kostenlos das ist ziemlich glücklich und ja ich behalte meine gleiche taktik denke immer noch auch wenn es jetzt dachte ist und wenn ich so viel bekommen ich mache jetzt so viele pilze hin wie ich kann aber umsonst viele ja wir noch einen weil der sind ja nicht mal so bis der eigentlich unnötig können wir wechseln 3 ist eigentlich unnötig finde ich trotzdem mache ich welche warum auch nicht ich habe genug okay wir können jetzt hier so einen machen geil aber ich bin mir sehr sicher dass die stärke sind als hier kommen auch schon die zombies hier können wir beide wenigstens pflanzen das können wir zeigen das geht nicht hier aber können nicht bepflanzt werden und läuft jetzt kommt neu jetzt kommt das geld endlich ins spiel auf der zweiten stage ok oder dachte wenn es lacht wird sagen wir so ich hoffe es ziemlich nützlich schön wir haben die zeichnung kaputt gemacht das ist der angry ah nein okay nein er ist tot okay noch 10 10 dollar bekommen 10 cent was auch immer die währung hier ist mein geld bekommen das kann man sagen so machen wir hier noch mal so ein langsam typen war der nein aber das geld auch das gäbe auch von schnell einsammelbar sind zu verbrüfft dass wir jetzt schnell so ok 30 das geld ziemlich nützlich heißt es noch nicht gesagt habe aber es gibt später auch eine andere weg geld zu farmen was einfach nur zeit ja unsere zeit verbraucher immer wieder mal hier reingehen spielen und so ich weiß nicht ob das spiel auch merkt war man zuletzt gespielt und alles war das handy schon auf wenn die warst du weiß ich wie das hier so ist wenn wir mal sehen oh shit das sind gräbern kommen nein jetzt habe ich den oh bin ich dumm jetzt habe ich den gelöscht super schlau von mir hundertprozentig oh gott ich wollte den da weg mal oh geil nein nein oh gott was mache ich hier ich wollte es gar nicht aber das war so riesengroße keulen und ja egal wir haben jetzt nämlich einen ersatz bekommen für unsere sonnenblumen und zwar eine sonne ein sonnenpilz oder ein super mario pilz von damals von farm ja oder maxi pilz wir haben sondern pilz genauso gibt sie zuerst gibt dir zuerst kleine später normale sonnen ja es muss doch richtig klein und dann später wächst ja und der bidee ist ja schon für 340 dollar gesammelt 750 hast verkaufe ich dir was geiles okay zumindest keine springer okay alles gut keine sache zack zack und die nehmen rein dann nehmen wir den da haben wir die gleich benutzen werden nehmen wir trotzdem mal rein ich hab eh nichts was im moment zack und zack diese pilz die sind ja so cute und wie also die sind jetzt richtig klein sind ja so klein wie der aber die wachsen die geben ja auch nicht so viel die geben mir nur so wenig halt aber wenn schon sehr gut sind nein es ist da oben einer scheiße soweit ich weiß gibt es sogar auf der xbox version das spiel gab es auch auf konsolen auf manchen der es gab es auch da wurde das sogar neu gemacht hat da sind die sprites richtig lustig aus das müsst ihr euch mal ansehen wie roma auf der xbox version so weit ich weiß ich habe zumindest ein video gesehen von der xbox da gab es multiplayer modus da haben wir einen zombies gespielt hatten hier so die kleine fläche oder um wie geteilt weiß nicht genau die anderen das waren pflanzen das war richtig sage ich nicht aus das gibt es ja so weit ich weiß nicht werden sie viel cool aber wie willst du das hier zusammenspielen gibt ja kein online modus hier obwohl ich würde wenn wir mir sagen würde man kann das online spielen dann würde ich sogar glauben weil mittlerweile gibt es irgendwelche plugins irgendwelche addons und so einen blödsinn wenn man online spielen kann und daher okay gut dann haben wir die durch die werden auch gleich wachsen will gleich sehen vielleicht mal fast wie so ein mario sound wachsen da kommt noch ein bösewicht wir machen wir erstmal fertig hier und dann gibt ja auch genauso viel wie die normale sonnenblumen und die ja die sind genauso schnell wie sonnenblumen am tag und da sind groß geworden sie werden so schneller wachsen sehen wir wie groß wir jetzt werden das ist richtig nice oh shit es wird er wütend aber der ist echt schwach finde ich ich würde sagen da mal meine mine falls jemand denkt der will rüber sprich ich weiß gar nicht ob sie gibt es keine springer oder dumm aber egal immerhin sind wir geschützt passt schönes können die benutzen machen wir es mal hier aber dem warum nicht können wir nicht geld hier ich weiß nicht ob ich schon geld übersehen habe es kann gut sein ich hoffe mal nicht weil geld ist sehr sehr wichtig im spiel also das geld ist vereinfacht in das spiel auch nicht nicht ist es geht spiel schon zweifel werden hier musste das spiel noch ein bisschen power geben das ist ja sonst jetzt schwer gar nicht weil die folge ist nicht zu Ende krass hab gar nicht drauf geholt oh geil money money jetzt geld geil vielleicht auch nicht es ist die erste ist die erste welle krass zwei lange vorbereitung lieber bin ich mehr hier ja ja dankeschön aber hier noch einen oh geil mani das krimine glaube ich mehr mani hoffentlich hoffentlich please give me some man's ten one some months ok nice gut haben wir auch noch die reihe fertig und die reihe auch und hier müsst ihr noch auch geil mani und nochmal mani okay sorry ich alles wollte aber hier kann man sich leider nichts hinpflanzen weil da ein dummer krebsstein steht den wir nicht entfernen können die können wir später entfernen aber ich finde man kriegt diese pflanze zu spät im spiel ich würde halt noch gerne bevor die nächste welle kommt und dann ja alle rausspringen noch so einen walnuss vorne haben so wir können es auch so verbessern eben warum nicht ok nice gut ok passt ok dann nehmen wir hier nochmal ein kein money für mich KRAINZU ja bei den gehären auch viel viel teurer, das sage ich euch, viel viel teurer werden die okay kommt doch endlich ich will ich meine mani und ihr soll verschwinden niemand will zum wies im garten glaube ich ich kenne jetzt keine der zum wiesgarten was der garten ist vorgarten hintergarten mittelgarten weil sie nicht alle art von garten vielleicht auch das ist nicht so jetzt kommt die welle die letzte welle okay noch sonne die wir nicht brauchen und dann kommen die alle die habe ich ja noch gar nicht design solche ist in der nächsten folge machen ich würde sagen in der nächsten folge die seine malen warum nicht obwohl jetzt haben wir noch glaube ich zeit wenn wir so zeit haben als wir den auffressen einer der weit ja schon das gibt's nicht nein weil da wird ihm wie schnell die fressen also der eine habs drauf alter richtige kinder hier am start okay jetzt essen die zumindest langsamer aber trotzdem okay noch einer lebt noch einer lebt den kickte down den kickte down ich helfe euch nice und dafür kriegen wir einen besseren gifpilz einen stinkpilz verstömt gifige dämpfe die fliegengitter durchdringen stimmt es kommen die fliegengitter zum wie es jetzt schon ja jetzt schon da da einer da kann auch drauf gehen zombie pilone zombie zombie aber ich sagen da war es mit der folge und ich werde noch aber zomber tat mache eben machen damit die folge und bis länger würde und nicht welche farbe nehmen wir mal weiß ich nicht passt haare was gibt es denn da so haare super ist sehr cool ich würde sagen wir geben den so an wir hatten dann so superstation haare nee oder kommen die passen dann nehmen wir die so haben wir noch hier ja super das make up kann ich schaden denke ich ich würde sagen ich würde sagen make up nehmen wir hot richtig hot wir haben ja noch brillen zu was war ja nicht mehr das kleidung auch noch aber es ist nur für das porträt nehmen wir doch das hier ist doch toll zu behörer ich finde ich mache die folge einfach richtig lang was geht da nehmen wir das nehmen wir das ja genauso rot und auch so ein schöner grunde auch super fertig wie nennen wir was bist du mit einem sommer da wirklich fertig falls du irgendetwas ändern möchtest du musst du wieder ganz und freundlich jpeg das auf dem best loll und bester wurde gerade ein pilz wenn ich daran denke dann blende ich das mal ein neuer sommer so gut okay reicht aber ich sagen vielen dank fürs zuschauen und ja ich werde dann ab jetzt ich hoffe euch gefallen wenn ja lasst doch die bewertung damit mich freuen aber auch ganz knellchen zu bewährchen teilen super kurskulig anderen folgen und die späteren folgen auf jeden fall sagen haut rein und bis zum nächsten mal schau leute